Leute, gute Nachrichten in Sachen X-Defined. Ich habe 8 neue Waffen für X-Defined. Gelegte Waffen, die in den nächsten Seasons alle erscheinen sollten. Es waren, glaube ich, 4 Waffen, die pro Season neu dazukommen. Also ich denke mal, das Jahr 1 sieht schon sehr, sehr rosig aus. Also könnte es sein, dass die ersten 2 Seasons schon alle Waffen beinhaltet. Eine positive Nachricht noch, die ich verkünden muss, was ich sehr, sehr feiere, ist die Tatsache, dass Ubisoft bestätigt hat, dass die Sniper Rifles genervt werden. Die Sniper Rifles, ob das alle betrifft, ich gehe einfach mal davon aus, weil es gibt teilweise Sniper Rifles, die sind nicht mal nur One-Shot auf den Kopf, sondern auch One-Shot auf den Oberkörper, je nach Distanz wahrscheinlich. Ich habe die Sniper Rifles nicht ausgiebig getestet, aber ich denke, dass das eine gute Sache ist, dass das schnell passiert. Ich möchte euch jetzt die Liste der Waffen zeigen, die geleakt wurden. Und ich habe auch optisch ein bisschen was vorbereitet. Das muss nicht 1 zu 1 nachher die Optik sein, so wie die Waffe reinkommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir fangen an mit der L-115. Die meisten Waffen kennt man aus COD, denke ich, sollte klar sein. Wir haben zum Beispiel die L-115. Das ist eine Sniper Rifle. Ich werde jetzt nicht allzu viel zu den Waffen erzählen. Dann haben wir die LVOA noch nie gehört, konnte ich nichts mit anfangen. Sollte eine Submachine Gun sein, die von der Optik her auf jeden Fall extrem, extrem nice aussieht. Die Thompson, ebenfalls eine Waffe, von der ich noch nie gehört habe, aber so ähnlich schon mal gesehen habe, müsste ebenfalls eine Submachine Gun sein mit einem extrem großen Magazin, würde ich behaupten. So ein Rundmagazin, wie es man so ein bisschen aus den 20er, 30er Jahren, so Chicago-Style kennt. Dann haben wir als nächstes das G36. Meine geliebte G36, wer von euch bei der Bundeswehr war, das war meine Standardwaffe. Ich habe dieses Teil geliebt. Ein Sturmgewehr, was man auch im Einzelfeuer-Modus feuern kann. Ob das ein X-Define möglich ist, weiß ich nicht, aber diese Waffe macht ultra, ultra Spaß und war in verschiedenen CODs auf jeden Fall auch schon am Start. Die FAMAS, ich glaube die FAMAS ist auch eine absolute Legende aus dem COD-Universum. Geiles Sturmgewehr, macht ebenfalls ultra, ultra Spaß zu zocken. Dann haben wir die FAL. Die FAL. Oh Gott, hier weiß ich nicht genau, was das für eine Waffe ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sieht nach einem Sturmgewehr aus, vielleicht eine Marksman-Rifle. Sorry, hier bin ich dann doch nicht ganz so gut vorbereitet. Könnte aber auch ein Sturmgewehr mit Einzelschussfeuer-Möglichkeit sein und so weiter und so fort. Die Bison kennt man auch ebenfalls aus Call of Duty. Ein relativ starkes LMG war aber, glaube ich, vom Handling ein bisschen schwieriger. Ist schon eine Weile her. Ich bin gerade am überlegen, war es Call of Duty Ghosts, wo die Bison drin war? Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir als nächstes die MG5. Leute, dieses Ding sieht einfach mal brachial aus. Und wie es der Name schon sagt, eine Heckler und Koch MG5. Es ist ein MG, was auch so ein bisschen Sniper-mäßig aussieht. Aber laut Google ist es ein MG, was auf jeden Fall extrem brachial aussieht. Die Optik dieser Waffe ist auf jeden Fall absolut, absolut nice. Das habe ich euch schon eingeblendet. Leute, gebt mir mal ein Feedback. Was sagt ihr Sniper-Nerf? Nötig? Ja oder nein? Ich denke ja. Ich habe jetzt in den letzten Tagen nicht ganz so viel gezockt wie am Anfang, seit Release. Aber ist schon ganz schön anstrengend, manchmal so dieses Rumgesniper. Aber die Leaks zu den neuen Waffen macht Bock auf mehr. Ich habe richtig Bock weiter zu grinden. Auch wenn ich leider zu wenig Zeit zum Zucken habe, ist es auf jeden Fall interessant, was die Leaks so mit sich bringen. Und dass man regelmäßig neue Informationen für euch hat. Leute, wenn ihr Bock auf mehr habt, bleibt auf jeden Fall am Start. Abonniert gerne den Kanal, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Daumen da lassen, Abo da lassen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Oder ein bis zum nächsten Mal. Ciao.